Was haben wir hier? Oje, die ist so cool da. Das ist im Fall mega nicht geil, ich will nicht Claymore. Kann ich das ändern? Ähm... ...Stundenkarabin, ich probiere mal schnell aus, aber der macht nur Einzelschüsse. Ah nein, gekauft. Ist es gut? Kommen wir weiter? Simon? Oh, dort schon. Ja. Die Claymore sind im Fall nicht zu geil, finde ich. Die anderen sind viel geiler. Also... Hier müssen wir wieder ruhig sein, oder? Dann können wir auf die Türsäcke kommen und dann eine... ...Zombiesäcke machen, die hier um eine Ecke stehen. Nicht kenne ich. Irgendwie so schön ruhig sein. Jetzt... ähm... Jetzt müssen wir hier ruhig sein, oder? Mhm. Schut, das ist mir voll gefressen. Schut, die kannst du nehmen? Sicher nicht von dir. Geht's eigentlich nehmen? Ja, bevor die Zombies... Ja. Haben wir alle? Was war jetzt der Plan? Wir gehen hier in den Wagen hinein. In das Häuschen. Also, sie sind... Irgendwie sind sie zuerst mal von dieser Seite, also von der weiteren Seite her gekommen. An den Wagen hinein. Aber es gibt... Oh, da hat's eine. Nein, es gibt jetzt... Bevor es zum grossen Schwarm kommt, ist doch noch so ein Zwischenkampf. Ah, dann gehen wir da rein, oder? Ja, dann gehen wir einfach wieder da rein, oder? Ja, dann gehen wir einfach in den Container hinein, oder? Und dann stellen wir Türme so auf, wie wir es vorher besprochen haben. Ja, genau. Dann haben wir es nachher Zeit, wenn etwas kommt. Das ist so ein kleines Zeug. Also... Ähm... In den Container? Ja, in den Container. Ja, in den Container, klar. Ja, kommen wir nicht drüber. Wo ist der Angel? Der Angel... Ich bin da beim... Ah, der ist von meinem Kopf. Also der Helferteam. Soll ich helfen? Ja, ja, ich kann ihm schon helfen. Der Angel ist bei dir, oder? Ja, ja, der Angel ist bei mir. Ich bin da. Entschuldigung, du kannst auch von mir helfen. Ja, aber dann hilft Draven. Diese Seite halt. Und du, GameRock, bist du scheid, wenn es da mit dem Angel nicht läuft. Oh, hier bist du der Streaming-Streamer. Ja. Ja. Schuhe gegangen. Ja, ist eigentlich gut. Hier, bei uns ist es safe. Ich brauche einfach... Oh, ich will die, ja. Oh, das ist das Automatik-Geschütze. Ist gut, ja? Dann stellen wir auf. Das zeige ich in diese Richtung, genau. Ja. Ähm... Wow, du machst eine geile Gabriele hier. Nice. Dahinten hat es noch etwas zum Aufsprengen. Wo hat es etwas zum Aufsprengen? Ich könnte sogar aufsprengen. Spreng doch. Wo? Dort oben? Nein, auf dem Weg dort. Ah. Ah, das ist hier die Kiste. Was hat es da oben noch? So, da ist ein Stationär. Ich habe dann noch das. Das Automatik oder das Stationärs? Ich habe da oben noch das Automatik. Okay, das Automatik. Das ist hier, wo ich bin. Richtig, richtig hinten. Dort, wo du bist. Ja. Da mache ich das Stationärs. Genau. So, dass wir auf beiden Seiten vom Zug ein Stationärs haben. Und beim Skara haben wir schon das Automatik Retour. Und jetzt müssen wir auf dieser Seite noch das Automatik Retour. Genau. So? Ja. Ja. Klingt solid. Gut. Anladen. Und ich gebe euch noch ein Schild. An der Ready-Sinn. Du hast die falsche Kiste gedacht. Also ich bin eigentlich ready. Was mir zu kiste... Kann ich das hier nehmen? Oder braucht das noch jemand? Was? Nein, das ist das Schild drin. Nein, ich habe drei Spritzen. Wie würde ich hier nicht machen können? Ähm. Ich habe halt gesehen, dass hier diese Mine hier. Das sind keine Mine. Und sobald es über 3 läuft, gibt es echt einen fetten Tatsch. 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 Tutsch. Tutsch. Tuff. Peng. Hey, da hat es nochmal ein Automatik Schütz. Ja. Wo stellen wir das an? Was ist in dieser Kiste? Ähm. Kannst du das gegen einen? Damit man da irgendwo rein schiessen kann. So in... 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 In den Bereich hier unten zum Zug hören. Wir können hier nicht runter. Wir können nicht runter, oder? Im Innenraum kann ich nicht. Ich könnte es aber so aufstellen, dass ihn ins Häuschen hineinschesst. Durchs Häuschen durch. Wäre für gar nicht zu schlecht. Nein, aber stell es doch auf den Container runter. Ja, aber du willst schon nicht, oder? Nein, aber es ist ja ein Automatikteil. Ich habe es voll. Ja, aber das ist sehr weit hinten. Das kann nicht runter. Ja, aber es kann die runter, die vom Zoo kommen. Und die vom Zoo dann sind? Ja, aber das wäre... Kannst du irgendwie, damit es hier runter schiessen kann? Sie kommen, sie kommen. Nein, sie kommen nicht. Sie sind nur so ein paar Blöden. Aha, okay. Nein, aber weisst du, ich stelle es besser rein, damit wir den Container frei haben. Also von der Position her. Du kannst es mal. Danke, gut. Also, wir dürfen einfach nicht vergessen, wir müssen den Zoo beschützen, oder? Ich habe... Hat jemand einen Raketenwerfer von euch? Nein, Raketen... Nein, aber weisst du was? Du hast gar keine Spezialwaffe. Ich nehme da schnell das Maschinengewehr. Hat es noch Spezialwaffe? Die hat jetzt noch einen Panzerfaust. Hast du gar nichts, oder was hast du? Ich habe einen so einen Automatik-Schrubflink. Danke. Ich hole die nachher, weil sie alle vor dem Ding sind. Ich kann mir das dann wegholen mit dem. Also. Also ich habe... Achtung! Ich stehe da mal zum Maschinengewehr. Die werden schnell töten. Die hängen geil dort. Also, nachlassen, wer noch nicht die Bühne braucht. Und sonst starte ich. Warte, ich mache noch eine Spritze. Wo bist du? Aha. Einfach, wenn ich hier am Maschinengewehr bin... Also, Leben hast du nicht, oder? Nein. Dann kann ich gar nicht hinterher schiessen. Also, los. Dann gehe ich zum anderen Maschinengewehr. Ja, ist gut. Ich bleibe in der Mitte. Es braucht einfach... Einer muss auch immer wieder ein Auge hinten. Bis sie eigentlich durch die Türmliehe müssen sie gut geschützt sein. Theoretisch. Links kommen sie. Weisst du was? Das bringt ja gar nichts, was sie hier machen. Weil... Die kommen alle nur links. Achtung! Achtung! Komplett alles verschossen links. Achtung! Pullen! Achtung! 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 Oh jetzt stell die Schlamour runter! Jetzt kommen sie wahrscheinlich auf der anderen Seite. Jopp. Ja, ich nehme ein Mg. Wo sind sie? Das war doch echt gut, dass wir die Türen aufgestellt haben. Oh, da hat es noch ein Medikit. Du könntest mir das nicht schnell reindrücken. Hier will es noch ein A. Achtung! Pass auf, da hat es eine Explosionsflasche. Der Zug hier unten müssen wir stehen. Ja, ja, da sind wir dran. Der Zug ist safe. Schrableiben, Schrableiben, Schrableiben. Streamer, Streamer. Komm weg, sehr gut. Wo, wo, wo? Da hinten kommen wir. Double. Der Zug ist safe, eh? Der Zug ist safe. Ah, danke, Peter. Was, Zombies dringend? Ah, von der anderen Seite! Shit! Achtung, rüber, 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 rüber! Shit! Bull! Polizist! Link! Hat mich! Ui, der ist schnell gegangen. Ähm, gehst du schon helfen? Ja, ich bin da der Zug an. Ja, ich bin da der Zug an. Also, dann gehe ich, warte um... Ah, der... Entschuldige. Das ist ja blöd. Oh, scheisse, ich habe keinen Mund mehr. Den hat es im Haus. Geh holen. Ja. Auf meiner Seite ist gut, der Zug. Wie sieht es bei euch aus? Gut. Ja, aber da hat es noch verdammt viel. Ja, gut. Das wird nicht so ein grosses Problem sein. Yes, baby! Geht doch! Schwarm eliminiert. Ja, das ist lustig. Ja. Halleluja, hey, leg du mir! Wir haben jetzt lang gebraucht für den Scheiss. Ja gut, der Jürg ist schuld gewesen in dem Fall. Ja. Oder der Angel hat es geregelt. Hahaha! Genau. Ah, sehr schön. Aber ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Ich bin wirklich froh, dass wir es geschafft haben. Können wir nämlich beruhigt ins Bett schlafen gehen. Ja. Was? Der Angel hat mehr geschlitzt als ich? Das gibt es doch nicht. Hey, schau mal, Judy hat das mal abgegangen. Ja, Judy hat das mal voll... Wow! Hey, who's the pro? Ist gut, das soll gelten. Was? Hauptsache, man ist ein Kopfschlusskeos. Der Arzt, dem die zu müssen vertrauen. Hahaha! Virusprobenbonus. Okay. Also wenn du die Virusprobe übernimmst, dann bekommst du einen Bonus über. Das habe ich jetzt gesehen. Auf was? Ich weiss nicht, aber von den Erfahrungspunkten her. So wie es aussieht. Okay. Yeah! Ich habe die MP freigeschaltet. Super. Aber hast du diese Episode alleine geschafft, Marjan? Nein, nein, ich habe gar nicht so weit gespielt alleine. Ich habe wirklich nur, ähm, den ersten Teil, weisst du, wo du auf dem Dach oben bist und runter gehst, in die U-Bahn. Weiter habe ich gar nicht gespielt. Eben alleine hat es nicht so Spass gemacht. Ja, ist ihm auch so gegangen. Volle Ladung erhöht die Effekte für eine Elektroschockwaffe um 100%. Ich werde lieber schnell bei den Waffen schauen. Es hat doch hier einen MP. Kann man die Specs backen? Ah, ist das ein Skill, den du freigeschaltet hast? Ja, und ich finde jetzt die Claymowers, also die anderen finde ich geil. Die normale C4. Ja, ich würde auch gerne einen Skill wieder retour machen, aber... Gibt es glaube ich nichts. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal etwas. Du schreibst wie bei Pass-of-Excel den ersten Charakter für Skills. Ähm. Genau. Word. War. Set. Change. To. C. 4. 2. 1. 2. 7.